Musik So, wir befinden uns im Studio Tada! Das ist eine, ich würde sagen, richtige, riesige Kanone, die wir hier haben. Das ist nämlich eigentlich eine Double Bass. Zwei Bass Drums hintereinander. Sieht aus wie ein futuristisches Massenvernichtungsgerät. So, und hier sind wir auch schon direkt beim Schlagzeug. Und Jan, wie fühlst du dich außer, nee, du stehst gegen das Licht, komm mal wieder rum. Ja, das macht nichts, lass dich mal ganz kurz. Nein, nein, nein. Sag mal, wie fühlst du dich? Ja, ich fühl mich richtig gut heute. Zweiter Tag Decoy, Albumaufnahmen. Ja, wir sind nicht so weit, wie wir dachten. Mal gucken, ne? Ja, mal gucken, okay. Ich bin sehr erkältet, so. Du bist erkältet, aber du gibst mir immer dein Bestes, ne? Ja, ja. Das ist super. Ja, ansonsten ist alles super, Jan. Dann brauchst du keinen Kopf machen. Ja, ansonsten ist alles super. Ich bin sehr erkält, aber ich bin sehr erkält. Ich bin sehr crianças. Willst du dich hermer. Ich bin sehrään 않아. Jan, gibt es etwas, das du noch loswerden möchtest? Oh, nee, nix mehr, ey. Gar nicht? Wie ist dein Fazit? Fazit geil. Richtig geil. Jetzt hab ich an deiner Hände, bitte. Oh, nein. Das kannst du bei euch, ey. Willst du noch mal sehen? Ja, halt das mal ins Licht, bitte. Genau, ja, so ist es toll. Oh, geil. Wie bitte?